Wir heißen Sie herzlich willkommen zu Lektion 1 dieses MOOCs. In dieser Lektion werden wir die grundlegenden Begriffe des Klimasystems kennenlernen. Mein Name ist Alko Vogt. Ich bin seit Januar 2021 Professor für Klimaforschung an der Universität Wien am Institut für Meteorologie und Geophysik. In meiner Arbeit beschäftige ich mich vor allem mit der Dynamik des Klimasystems und seiner Modellierung mit einem Schwerpunkt auf Wolken. Und ich bin Blaise Gasparini, ein Postdoktorand in der Gruppe von Alko Vogt, auch an UniWien. Herr Gasparini und ich werden Sie durch diese Lektion führen, als auch durch die Lektionen 2 und 3. In den Videos dieser Lektion werden wir die grundlegenden Eigenschaften des Klimasystems kennenlernen. Bevor wir damit beginnen, wollen wir aber eine kleine Begriffsklärung durchführen und eine kleine Geschichte der Klimaforschung anschauen. Desklarer Du hast Du hast Untertitelung des ZDF, 2020